So, wechseln! Zoom! Oh, ja! Ey, der ist im Leben ab. Ja, der wird auch gleich wiederkommen. Da, hier. Jetzt hat er mich... Deine erste Attacke. Im besten. Oder, oder gar nichts. Das ist auch gut. Ja, ich versuche jetzt schon die ganze Zeit. Ja, warum hast du deine erste Attacke nicht benutzt? Gerade auch, sie sind in die 2 gedrückt hatte anstatt die 1. Tut mir leid. Ja, hm. Aber gut, zum Glück habe ich so einen Heilkobold. Hm. Ich könnte mich ja wie ein Sammer heilen, der Arsch. Nö, das ist meiner. Drecksack. Ja, guck mir mal mein Leben an, im Gegensatz zu deinem. Das kann ich schon verstehen. So. Ja. Ja, guck mir mal. Vielleicht, wenn ich voll bin, vielleicht gibt er dir ja noch ein bisschen was ab. Oh, jetzt ist er weg. Warte, ich mach noch einen. So, ich bin voll. Und jetzt haltet er dich. Ah, cool. Nice. Also, sein Herr ist der, der am Anfang wichtig ist. Und danach kannst du ruhig du auch was abbekommen. Du hast den Kobold übrigens auch, nur mit dem anderen Helden. Aha. Mit dem Weiber halt. Überlässt das sowas aus. Ja. Wollen wir mal. Spring den an. Spring den an da. Ja, jetzt, ich glaub das hoffentlich war das der Richtige. He, beide gleichzeitig zugegriffen. He, das, das gewährt deinen Helden irgendwas, was du hast. Äh, eine Chance von 10% Immun gegen verwurzeln, Schlinge und nicht veranlassen. Ja, das bringt's auf dieser Map hier echt extrem. Wow. Gut ist es, wenn du's schaffst, diese scheiß Dingern irgendwie auszuweichen. Ich geh da jetzt rein und mach einer so und dann verrecken sie alle. Boah, wir sind scheiß so. Macht doch nix. Der verreckt auch. Und dir ist Gesundheit. Nein. Wow. Jetzt wurde ich teleportiert. Nehmen wir von diesem Drecksding da in der Mitte. Glauben wir mal? Ja. Okay. Gesundheit. So, ich bin voll. Aber Energie hab ich keine mehr. Ah, jetzt heilt da bestimmt hier mein Pipel hier. Oder dein. Ne, der ist anscheinend auch voll. Aha. Halt, hier ist noch Energy. Egal, ich werd wechseln auf den Dicks hier. Ich hab zwar keinen Pipel mehr, aber dafür hab ich zwei kleine Pipel. Und jetzt noch einen dritten Pipel. Der hoffentlich die Geschosse von dem Fuck Vieh da abfängt. Jawoll. Natürlich macht er das. Oh, nice. Nice, nice, nice. Der da oben liegt. Warte doch, natürlich. Die Viecher gehen auf die... Warte, warte. Geh, so. Bitte. Ja, geil. Da wär' noch die Begleiter geheilt. Hä? Danke. Hä? Was ist denn das für... Das ist ein Zeug, was du da grad gemacht hast. Das ist nicht klar. Mitgeheilt. Hä? Dass du mitgeheilt wurdest? Ja, ich wurde eben da geheilt. Ist der Baum? Ich hab grad einen Baum da reingepeilt. Du hast einen Baum gesetzt. Der hat halt gar nicht hingekriegt grad. Ah, der ist so heiß. Oh, diese Fuck Viecher hier. Gibt gern noch einen Begleiter. Du musst nur einen Baum setzen. Ja, du hältst die Fresse dahin. Warte mal, komm mal zu dir. Ah, das ist ja auch noch einer. Ja. Na, du bleibst stehen. Das ist mir jetzt egal. Ich hab' nicht genug Energie. Auch nicht, aber ich hab' noch Energie... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab' Energie, um einen, so'n Giftstrudel zu machen. Und jetzt werd' ich wechseln. Jippa! Jippa! Jawoll! Weg mit euch, ihr dreckigen... Säcke! So, das ist meine. Die Geisteskraft. Ja, da... So, sehr gut, dass mein Savage... Äh, mein Sageforn auf die Flasche bekommen hat. So. Wow, ey. Achtung, komm mal hier runter, komm hier runter, komm hier runter. Ja, ich komm, ich komm... Ach, ganz oben bist du. Da. Wow. Oh, der hat mich, der hat mich. Ja, warte, ich muss jetzt wechseln. Ja. Und ich muss da raus. Alter, der hat Giftschaden gemacht. Da konnte ich nix machen. So, verrecke. Äh, komm mal zu mir, komm mal hinter. Geh mal zur Rückenstift. Pflanz'n Baum. Ja, ich geb' dir so'n Kobold. Weil ich bin voll. Das ist ja die Sache. So, ne, krieg' jetzt doppelt. Jo. Stimmt, gut. Danke. Na, fach, toll. Komm, weitergehen. Jawoll. Perfekt. Ja, bist voll. Was war das denn jetzt? Das war die dritte. Mann, erst mal das Vieh. So, und du verlegst jetzt auch. Oh, der Kobold ist echt geil. So. Aber das größte Problem bei uns ist immer die Energie. Weil die, weil die nicht so lange hält und dann, ne. Jetzt sind wir aber eigentlich relativ weit, ne. Wir waren auch vorhin noch nicht. Ich hab' keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Vorhin noch das 28. Doch, wir waren auch vorhin noch nicht. Oh, jetzt wurde ich wieder teleportiert. Ist echt mies. Jawoll, voll auf der Fresse. So, du bist auch tot. Ah, fach, gleich mal zwei Dinger abgegriffen. Wow. Boah. Alter, wie viel Schaden die, die Drecksteile da machen. Diese Kugeln. Gesundheit. Oh, jetzt kriegt der ja auf die Fresse. Ja, wunderbar. Ey, jetzt läuft's eigentlich ganz gut, ne. Sorry, dass ich grad ein bisschen leise war. Warte, jetzt läuft's ganz gut. Einer von mir ist tot. Warte, einer von dir ist tot? Das hab ich gar nicht umgekriegt. Ehrlich gesagt jetzt. Äh, das war der nämlich. Ne, war das der nämlich für Skala? Ich hab keine Ahnung. Oh, scheiße. Jetzt kommen diese Minenviecher schon wieder. Oh, ich laufe natürlich fast direkt in eine rein. Fickt euch. Boah, gleich drei Dinger. Boah, gleich drei Dinger. Und ihr verreckt alle jetzt. Nein, nein, nein. Oh, hab ich ein Schwein. Ich hau von hinten mit drauf. Mehr kann ich aber auch nicht machen. Oh, lass mich bloß in Ruhe hier. Ja, ich kann dir nicht helfen. Ich kann nur wechseln jetzt hier. Oder? Ah. Doch, klappt wunderbar. Gesundheit. Zwei mir die Gesundheit ein. Hier ist wiederbeleben. Bitte. Danke, danke, danke. Das ist wieder alles. Nice. Thermoausläufer. Oh ja, und der ist auch gut wieder beim Dings. Ach, da bist du. Gut. Ja. Was ist da? Da ist kein Obelisk, ne? Das wär zu schön. Wär ja, einfach grad sagen. Wär ja auch zu schön, um da zu sein, dass man mal einen Obelisken kann. Ja, genau. Ich werd natürlich von beiden getroffen. Du fucker. Alter, Kristall eins von sieben. Achtung, Achtung. Fuck. Zu spät. Kristall eins von sieben war das erst, ne? Boah, nein, Alter. Das ist ein Witz, oder? Die sind doch idiotisch im Kopf, oder? So. Fickt euch. Ihr werdet jetzt alle einsammeln. Giftig. Giftig, ja genau. Boah, wieviel kommen davon. Hier, die Minendinger sind aber da doch. Ja. Und ich hab's geschafft, um zumindest ein Stückchen da rauszukommen. Und jetzt, ihr verreckt. Boah, war das knapp. Boah! Junge, ich muss wechseln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, macht der Schaden. Das ist ein Elitevieh. Aua, 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 aua. Oh, oh, oh. Komm her zu mir. Komm her zu mir, Baum. Jawoll. Der ist so gut mit den Viechern beschäftigt. So, ich kann noch Schaden machen. Also jetzt wieder. Hm. Das Gute ist bei mir wieder vergiftet, wenn ich ihn angreife. Lust auf den Baum? Äh, Energie könnte lang. Oh, 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 oh. Na, Scheiße, Energie zu niedrig. Ich hab's, ich mach, ich mach, ich mach. Wunderbar. Du bleibst da stehen. Oh, eben hab ich mal einen abgekriegt. Energiereserven niedrig. Alter, das ist doch unnormal, oder? Die sind eindeutig zu stark, die vier. Oh, nice, ey. Hä, was für ein Zeug hier. Weißt du, was lustig ist? Hä? Du siehst meine Energieleiste, ne? Ah. Mehr als diese Energieleiste haben meine anderen Helden nicht an Leben. Oh, Scheiße. Oh Gott. Jetzt fängt das schon wieder an. Ja, fickt euch. Hier kriegt er auf die Fresse. Oder soll ich hier? Natürlich. Die gehen dann übelst auf den Senkel. Vor allem, wenn sie Elite sind, dann ziehen die echt rein. Schade, dass die nicht selbst in diese Magma-Dinger reinlaufen können. In diese Mine. Ja. Die sind natürlich geil. Aua. Warte, der lebt ja noch. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich baue uns einen Baum. Ja. Haben wir. Soll ich noch einen bauen? Ne, passt, passt, passt. Also sind wir ja die Minenteile, ne? Ja, bleib stehen. So, also ich glaube, soweit waren wir noch nicht. Ne. So einen großen, den wir eben hatten, da sind wir vorhin hingeblieben. Ja, da ist noch ein großer jetzt da drin. Direkt. Leben. Leben. So und du wirst erstmal verwurzelt. Oh. Bratwuhl. Oh, der geht aber schnell down. Ja. Ich muss die jetzt alle verwurzeln, sonst gehen die mir echt aufgesackt. Baum? Baum. Komm her zu mir, lauf, lauf da rein, lauf da rein, lauf da rein. Na. Okay, da ist Energy, Energy. Vorsicht den Lauf. Ja, ich war, ich hab's gemerkt. Ich glaube, ich wächst immer wieder zu dem hier. Also bei mir, ja, sind alle wieder fast voll. Oh, da sind ganz viele, das sind ganz viele Minenviecher. Warte mal, ich versuche die alle mal irgendwie festzuhalten. Also den, den ich jetzt habe, ist der mit dem schlechtesten Leben bei mir. Geh da weg, geh da weg, lauf 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 weg. Lauf einfach. Die kriegen normalerweise Schaden. Zack. Und ich muss da raus. Das hat ja gut geklappt. Ja, kann man nicht mehr gern. Zwar hast du grad mal das meiste gemacht, ehrlich gesagt, aber... Das macht doch nix. Ich hab geplant, dass ich da reinrenne, sie so hochhau, zurückgehe und dann durch diese mögenden Sträucher, die ich noch habe. Noch mal einen Baum pflanzen? Ähm... Ich mach. Ja, mach. Ja, super, jetzt hab ich den nicht wechselst grad, aber egal. Sorry, falsche Tasche. Willst du so lang warten, dann pflanze ich noch mal einen Baum. Ja, warte. Kleinen Moment. Ja, ja, ich weiß. Dann habe ich alle nämlich voll. Gut. Weil ist nämlich der, womit ich einen Baum pflanzen kann. Ja. Den ich gerade hatte. Soll ich oder... Soll ich auch noch einen? Dann bist du auf jeden Fall voll. Warte. Nee. Ja, gut. Hättest du gewartet, bis ich wechseln kann. Weil jetzt sind wir voll und der Baum bringt nix mehr. Egal. Ey, Cooldown ist gleich weg. Also, die könnten wir mal. Nee, nee. Lass, du hast kaum noch Energie. Wenn dann, ich habe einen Kobold hier noch, ne? So, ja. Boah, dieser Scheiß-Teleportier-Dings. Das nehme ich gleich mal aus dem Land machen. Mach das. Warte, die verrecken da normalerweise oben. Sag mal, wie lang sollen das Level hier sein? Das ist der letzte Level. Was erwartest du? Nee, wie lang? Oh, ich werde festgehalten. Ich werde festgehalten. Jawoll, nice. Vielen Dank. Bitte. Oh, Kobold. Danke, vielen Dank. Oh, der ist auch nice. Der ist so extrem. Ja, ich brauche Hilfe. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Und ich mache ich halt so. Ja, der hält. Ach nee, hat mich immer noch. Weil ich habe nix mehr gehabt zum irgendwie unterbrechen. Dann musste ich halt jetzt wechseln. Ach, zwei von sie. Wir werden eben wahrscheinlich die Kristalle nicht mehr voll finden.